So, jetzt machen wir mal mit Custom Words exklusiv die, exklusiv die, ja, genau. Gut, dann hauen wir noch zwei Runden rein, würde ich sagen. Na dann, let's go. Der andere Pot ist choosing a word. Okay. Ich hoffe, das ist das richtige Viech. Ja, hätte sein können. Das ist doch, oder? Eigentlich schon, ja. Eigentlich. Ich weiß absolut nicht, ob ich hier jetzt was falsch mache, aber ja, vermutlich. Wie wird denn da im Englischen geschrieben? Eigentlich so, mit Doppel-U. Prof hat's schon. Sag mal, Zwerge, hast du doch nur einmal auf die Buchstabenanzahl geguckt? Ach, nö, hab ich nicht. Aber wie jetzt, wie, was? Buh! Ach so, was? Das heißt eindeutig Buhu, auch im Englischen. Ja, du hast die Custom Words reingestellt. Dann nimm doch was anderes. Ups, nein, ich will nicht filmen. Das war das einzige, wovon ich weiß, wie man es zeichnet. Ich möchte das... Das wird jetzt auch schwierig mit dem Zeichnen. Oh Gott, was ist denn ein Hase? Ah, ja, klar. Ja, was ist denn ein Hase? Sind das diese komischen Ubisoft-Tücher? Oh Gott, nein. Was ist denn... Du hast das doch schon... Du hast das doch schon... Was ist denn Hase? Ich habe schon lange keine Tiernasen mehr gesehen. Naja. Ah, fast. Fast. Ja. Fast dann eben. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Sorry. Wirklich? Jo. Hast du einmal auf die scheiß Wörter geguckt, bevor du sie eingetragen hast? Ja, habe ich. Oder nicht? Da stand mit T dran. Oh, dieses... Das kommt... Das... Okay, das war der einzige, der ich kannte. Na gut, ich kannte die anderen auch, aber... Okay, eben von Nintendo also. Das ist nicht falsch. Nehme ich an. Ähm. Ja, bezeichne ich das denn jetzt. So. So. Schade. Ne. Ganz weiß daneben. Stopp, der ist hier noch braun. Stopp, der ist hier noch braun. Naja, so einen großen Fuß hat er nicht. Oh mein Gott. Hier noch so. Hm? Nein, hier so. Okay, es ist eine Schildkröte. Aber... Ja, könnte fast der Osterhaus sein. So wie ich es gemeint habe. So der wird es hier noch. Okay, aber es ist kein Cooper auf jeden Fall. Hm. Nah dran. Der wirft jetzt hier Sachen. Ah, okay. Dafür kenne ich mich zu wenig mit Nintendo aus. Bin raus. Ah. Na komm. Gut geraten. Er wirft Hämmer und... Den kennst du auch, Prof. Den kennst du auch, Prof. Nö. Aus dem hat der Modi... Mein einziges Mario-Spiel, das ich gespielt habe, war Super Mario Land 6 Golden Coins. Da hört es auf. Aus dem hat der Modi gerade schon den entscheidenden Tipp gegeben. Hab nicht zugehört. Er wirft Hämmer und er hat Brüder. Ja. Aha. Kenn ich halt nicht. Spannend was zuhören, ich krieg. Ich hab keine Ahnung, was zum Fick das ist. Ich mach das hier. Okay. Äh, ja. Sagen wir mal so, es ist ein Vorgang. Beziehungsweise etwas ist... Oh Gott. Was? Wieso macht es das? Hä? Ich hab nichts gedrückt. Aha. Modi wurde gehackt. Weil das auch so wichtig ist, jemanden bei Scribblers hier hochspielen zu hacken. Ja. Ja, okay. Das hier ist Wasser, okay? Ähm. Ähm. Wasser? Ähm. Es ist Englisch. Ah, ja klar. Na, nee. Schade. Fast. Was? Fast, aber... Betonblöcke hier unten hin. Du musst Füßen allein mit der Spree mit Beton an den Füßen. Ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Droned. Okay. Das hab ich tatsächlich noch nicht gehört. Wirklich? Das ist Schulenglisch. Ja. Und das Ganze auf Englisch. Okay. Hey, wie kommst du wohl her? So. Ähm. Und das Ganze auf Englisch. Was? Mistgabel. Dreizack. Also ich kenn Fork als Gabel, aber... Dreizack. Da wüsst ihr jetzt nicht, wie das heißt auf Englisch. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hätten wir nicht eine Liste voll mit englischen Wörtern machen sollen. Hab ich von Anfang an gesagt. Stimmt schon. Wenn zwei der drei Leute nicht die Stärksten in Englisch sind, dann hilft das nicht ganz so. Ja. Oh. Oh Gott sei Dank. Was? Minecraft? Ach, dann sag doch. Oh Gott. Äh. Ja. Spielst du Minecraft auf Deutsch oder was? Ja, schon, aber ich kenn die englischen Begriffe. Ich kenn die englischen Begriffe, aber ich... Ich spiel mal Minecraft auf Sächsisch. Ich weiß trotzdem nicht, wie sich das nennt. Ich bin die Rathensprache. Ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, wie es sich nennt. Nicht mal auf Deutsch. Minecraft Sprachpacks für Sächsisch, Bayerisch... Da eben. Was gab's noch alles? Ach, keine Ahnung. Es sind so viele Dinge. Naja. Es gibt doch Schweizerdeutsch in Minecraft. Nice. Wie hat man das dann gemalt? Ähm... Es ist so... Ist es noch mal der Hase? Nicht im Ernst. Doch. Nicht im fucking Ernst. Ist es noch mal der Hase, wirklich. Es ist so... Wow. Ein Haufen englische Worte und dann auch noch zu wenig. Ich auch. Na komm, jetzt findest du was. Nehmen wir das. Ich muss grad wie an so ne schöne Runde denken. Mit ein paar Leuten gespielt, darunter auch ne Österreicherin. Und ich hatte Österreich als Wort. Und jeder außer ihr hat's erraten. Tja. Und alle nur so, ach komm, das musst du doch wissen. Ja, warum soll ich das wissen? Ne, die heißt ja auf Englisch anders. Wie heißt denn da... Ach, scheiße. Hast du wirklich Angel geschrieben? Ja. Angel. Willst du GdP oder was? Ja. Bei Minecraft Master Builders Angel. Angel einfach ne Angel im Bauern. Wow. Ja. Das haben überraschend viele Kinder von 60 Tagen gekocht. Ich weiß absolut nicht, wie es heißt. Fisch. Entschuldigung, musst du gerade rülpsen. Äh. Ja. Habt es, das war doch schon... Ja, fast richtig. Fisching. Fisching. Nah dran. Nah dran. Äh. Äh. Das mit dem Custom wird zwar nicht so toll. Nein, die Minecraft-Sachen hättest du rauslassen dürfen. Aber daraus kann man jetzt ein gutes Tampen-Sumpt-Affion-Part machen. Da kann man jetzt sein gut Klickbait mit betreiben. Mensch, Mensch, Mensch. Dafür hab ich's doch genommen. Prof-Modi und Zwerge erraten Minecraft. Ich zeichne nichts, bis Zwerge es errät. Er wird es nämlich schon direkt erraten. Was? Geh zum Henker. Der andere Wario. Du hast es jede Scheiß-Runde gemacht. Du hast es jede Runde geschrieben, aber jetzt nicht. Du machst es nicht. Was? Was? Was ist denn noch schlecht? Na, das. Na komm, das ist einfach. Das ist leicht. Oh, sag doch. So, brauche ich eigentlich nur mit der Farbe anfangen zu malen. So, hier. Das ist eigentlich... Ich muss eigentlich nur mit der Farbe anfangen. So, das ist jetzt hier noch... Ja, ein bisschen kruppig gemalt. Das sieht erstmal aus. Nö, aber es ist gerne. Aber es ist gerne, ja. Guck mal, die Farbe. Die Farbe sagt schon alles. Nicht mir. Eigentlich müsste man es an der Farbe schon erkennen. Ich weiß nicht, wie das Gesicht von dem aussieht, aber... Das kann fliegen, das Ding. Ach, das Scheiß-Wie. Ja. Das Vieh kann fliegen. Jo. Auch wenn die Zeichnung eher aussieht wie sein... Ja. ...Bruder, dessen Eltern vielleicht Geschwister waren. Wir können alle nicht malen. Wenn es sein Bruder ist und die Eltern von dem Geschwister sind, sind sie auch von Kirby, die Geschwister. Hast du Kirby mal gesehen? Okay, äh, hier so... Dann so irgendwie... Na. Ja, genau. Aber sowas von... Na komm, Prof. Dann so und dann... Den kennst du. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Den Spiel hab ich nicht, denn einziges gespielt. Aber die kennt man. Ich auch eins, und zwar das Schlechte. Ich hätt jetzt einfach HTTPS hingeschrieben. Das hättest du gehabt. Ich glaub, das hätt ich noch eher erraten. Äh... Und wieder ein Fall für die... Mäßige... Ey, kann er nicht noch größer? Na, ta... Oh, doch, kann er. Ach, was war'n das? Ähm... Jetzt hab ich das Wort vergessen. Scheiße. Wie hieß denn das? Ja. Fuck. Ich kann halt kein Englisch. Und trotzdem hast du einen Haufen Englische Wörter reingeschmissen. Ja, sorry. Mein Fehler. So. Das hier... Ist ganz... Ist ein ganz blödes Vieh. Ganz... Ganz scheiße. Ja. Vor allem in Minecraft. Ganz scheiß. Ganz scheiß Vieh. Nur in Minecraft. Ich bin wieder Letzter. Ja, in echt auch. Nö, ich liebe Spinnen. Ich nicht. Ich hatte vorhin so eine richtig fette Kellerspinne. Oh, wie süß. Hast du exklusive Wörter wieder ausgeschaltet? Die ist in den Boden gekrochen und ich hab sie mit einem Lautsprecher im Boden zerquickt. Aha. Interessant. So, wir machen nochmal eine normale Runde ohne Custom Words. Also mit Custom Words. Also mit Custom Words, aber nur... Ja. Nebenbei. Ja. Ich wollte Tür schreiben. Hab ich auch. Dude. Soundeffekt hier einfügen. Und es geht um... Das hier. Ja. Der goldene Penis der Türe. Ganz genau. Jo. Ach, verdammt. Jetzt muss ich das ab 18 nominieren. Jetzt muss das... Es ist nichts zu sehen, also... Naja, für fünftes Gut, das weiß doch sowieso jeder, dass das hier... Verdammt, ich zeige gerade in Weiß und wundere mich, warum da Knicks kommt. Das weiß doch sowieso jeder, dass wenn, naja, für fünftes Gut Part kommt, ist dann sowieso... Wenn Prof mit dabei ist, dann weiß man es ja. Vor allem, wenn nur du aufnimmst. Der Prof nimmt ja niemals auf. Kein Gaming-Kanal. Überhaupt kein Kanal. Kanal hab ich, aber... Zum einen ist es kein Gaming-Kanal, zum anderen ist nichts drin zu sehen. Das ist zu erkennen. Das geht, Alter. Ah, okay, ja, gut. Wo hast du deinen Unternein? Ja, gut. Was zum Henker? Na gut, dann mach ich den hier. So. Das ist das hier. So. Und dann hat das hier noch so... Hui. Prinzipiell kann man es jetzt schon erkennen. Ja, das ist... Ich weiß, es gibt eine Film-Funktion. Das ist... Ne, ist es nicht. So, das Wichtigste. Ah. Und dann gibt's noch hier ein bisschen... Ich hab's. Und dann gibt's noch hier ein bisschen... Ja. Wird noch ein bisschen Salat und so weiter dazu malen. Cheeseburger. Das Wichtigste ist das Kälbe. Das stimmt. Okay, das ist... Nur vom Namen her das Wichtigste. Wenn ich einen Cheeseburger nur mit Käse bekommen würde, würde ich ihn, glaube ich, zurückkriegen. Gehen lassen. Naja. Dann fehlt nämlich irgendwie der Burger zum Cheese. Jetzt müssen wir es ab 18 machen, was? Ja. Ja, natürlich. So, machen wir das. Machen wir... Das. Und das. Ähm... Was? Zum... Oh Gott. Aha. Hätte ja sein können. Ja, das. Aber es... Es geht nur um... Das hier. Ah, verdammt! Nice. Hab mich ja fickt nochmal vertippt. Ah! Das passiert. Das ist ja auch oft passiert. Ikirikus is drawing now. Eh. Stift haut mir ab. Hilfe! Was zum... Was zum... Was für eine Form ist das? Ah, nice. Noch kein neuer Pass. Noch kein neuer... Das passt auch gut rein. Ist es vielleicht... Passt auch zu dem, was... Einfach nur die Form. Was für eine Form habe ich gezeichnet? Ich weiß nicht, was das für eine Form ist. Ist das eine Spirale oder was? Ja. Ist das eine Spirale? Ja, passt. Das sieht für mich aus wie eine sehr alte Kugelschreiberfeder. Und eine sehr lange Kugelschreiberfeder. Du hast meine Kugelschreiber auch nicht gesehen. Fertig. Ich fange erst nach einem Meter an, oder was? Bin fertig. Nice. Ich kann auch einen kleineren machen. So. Wow. Runde drei. Okay. Was mache ich heute noch so mit dem Tag? Mit diesem sehr frühen Tag, ne? Hm. Ich bin Nachtschichtler. Für mich ist der Tag noch sehr früh. Ja, ich bleib auch bis zwei oder drei Uhr nachts wach. Bin jetzt hier auch... Bin vor vier Stunden aufgestanden. Ich kann ja jetzt wach bleiben. Ich will meinen Schlafrhythmus nicht zerstören. Das heißt, ich bleibe bis acht Uhr morgens wach. Wütend. Äh, ja. Äh, ja. Ja. Na komm. Prof. Was ist das? Hässlich. Ja, ein hässliches. Ja, ein hässliches was? Ein hässliches. Fick dich doch. Na, dann schuze mal. Dann fangen wir mal mit der Outline an. Lalalalalalalala. Vielleicht sollte ich hier noch schließen, wenn ich das erwenden will. Hm. Äh, was? Scheiße. Ich sollte vielleicht das Tool auch wieder wechseln. Pool. Da sind ein bisschen zu viele Pros dran. Was? Ih. Hm. Ich auch. Was? Ei? Was zum... Ei. An was? Wo hängt sowas denn? Die nehmen hier ein scharfes S, wirklich? Einbahn. Was? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich sehe erst jetzt, dass du einbahnstraße mit zwei S geschrien hast. Ja, natürlich. Ich hab das immer so. Geiße. Ich hab das immer so. Die meisten Seiten nehmen ja kein scharfes S. Hm. Na gut, durch Unicode ist es immerhin mittlerweile etwas besser geworden. Aber naja. Ei, ei, ei. Genau. Ja, hier. Prinzipiell war es das auch schon. So, hier oben noch was. Und da unten noch was. Ja, das kann halt noch hier. Da kann auch sowas drauf sein. Muss aber nicht. Was? Achso. Hä? Es geht um das hier. Um das. Ja. Ja, ja, schon klar. Ich bin gerade fest bei dem Punkt, dass ich Spule eingegeben habe und er mir gesagt hat, das wäre close. Und dann war ich endgültig verwirrt. Tja. Ich hoffe, ich denke auch an das Richtige. Äh, ja, ich denke schon. Was? 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 was ne auch nicht was zum hänker ja moment ich mache vielleicht noch ein bisschen hilfe ja okay muss man ein bisschen um die ecke denken die tasse ist eine gute idee das ist ja das ist ein guter hinweis na komm auf tasse genau schmeißen wir griff tasse an den kopf ja natürlich sollte helfen ja da häng ich zu fest auf eis ja vermutlich wie kommst du auf eis am anfang nicht ausgefüllt hast wie denn sonst ja sorry nein ich will es nicht füllen spirale ist es nicht ne ganz simpel denken ja ich hab die ganzen komplex gedacht ich hab ganz simpel gedacht nein du hast überhaupt nicht gedacht ja vielleicht hättest du noch gott malen müssen ne ich bin atheist tut mir leid himmel okay ja ich bin atheist und das wäre gotteslästerung warte was was okay was ist los das da gesagt und du hast nicht b gesagt jetzt bin ich enttäuscht von dir kühlschrank kunst ist das wort kühlschrank kunst okay der fliegt weg der fliegt weg äh was ich verstehe dieses wort nicht na komm was ist das das ist sturm was was fliegt da einfach weg ja ja klar mach ich auch bei jedem sturm hui hui ja wer hätte es gefunden ich glaube modi hat gewonnen letzte runde das ist doch scheißegal ja gut mal wieder erfolgreich scriminaio gespielt na dann was machen wir nächstes mal nicht wieder scriminaio wollen wir wieder golf jetzt spielen ja das fällt uns schon ein ja 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 golf jetzt wäre doch ganz entspannt haben wir schon ein zwei parts zugemacht entspannt ist relativ aber können wir gerne machen ja mittlerweile bestimmt schon so 30 stunden oder so ja ich nicht ich schon ist ganz lustig ich habe mittlerweile schon äh die seltenen sachen na dann ihr wisst was ihr zu tun habt ja bei den anderen vorbeischauen könnte ich ja nicht sagen das ist ja dann ja sowieso nichts hoch schaut bei demjenigen hoch äh schaut bei dem vorbei der das hochlädt ja yay und ich habe 25 stunden in golf sehr schön ich nicht und weil mit das liken und abonnieren und sonstige aufforderungen nerven macht was ihr wollt ja wie lef leute immer sagt tittyhutgas aber hauptsache ihr abonniert liked und guckt mehr videos wie lef leute immer sagt tittyhutgas was tittyhutgas ihr sagt es vor sehr langer zeit das ist ja nämlich sagt er jetzt wieder fünf Jahre her das letzte mal sagt er schon wieder was mittlerweile wieder ja teilen Däumchen nach oben wie war das teilen Daumen hoch und tittyhutgas ja egal tittyhutgas tittyhutgas tittyhutgas